Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer etwas Neues. Es ist immer was los. Der König zieht sich gerade zurück und kümmert um sein Hof und kümmert um sein Familienangelegenheiten. Die Königin zeigt ihm ein Spiegel. Ja, außer dieser Hof gibt auch mal was anderes und begeistert den König über eine Reise. Es ist ein Kraftort und dort findet man die Heilung. Ja, diese Ungerechtigkeit hat beide sehr belastet. Der hübsche Prinz bekommt eine Nachricht und es folgt ein wichtiges Gespräch. Es nähert sich ein Termin. Die schöne Prinzessin glaubt an die große Liebe, aber sie hat Angst. Sie hat so Angst, dass der hübsche Prinz zurückzieht. Und genau das ist ihre Lernaufgabe. Sie muss lernen, in Vertrauen bleiben. Es wird alles gut. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Heute ist Vollmond, exakt 22 Uhr 38 Minuten und wird von Stern Nunki bestrahlt. Dieser Stern Nunki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt und zeigt ein Kraftort, einen heiligen Platz. Es gibt tatsächlich Kraftorten, weil sie haben ein ganz besonderes Energiefeld. In diesem Bild zeige ich Wehrstein bei Fischingen in Süddeutschland. Das war mein persönlicher Kraftort. Damals, wo ich noch in Deutschland gelebt habe, ich und mein Mann, sind wir immer wieder, immer wieder in diesem Ort gewesen. Und wir haben so viele schöne Erinnerungen bei diesem Burg in Verbindung zum Mond, zum Vollmond. Und das war unser persönlicher Kraftfeld. Ein ganz, ganz besonderer Platz in Deutschland. Vollmond bedeutet, dass Sonne und Mond steht gegenüber. Sie spiegeln etwas. Ja, die Königin spiegelt und erzählt etwas über eine Reise. Immerhin ist ihm Schütze. Und diese Reise ist etwas Besonderes, weil da ist dieser Kraftort, was auch Heilung bringt. Das verspricht dieser Stern Nunki. Der König kümmert um sein Hof und kümmert um Familienangelegenheiten. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne im Grenzbereich, noch in den Zwillingen, aber übergeht im Krebs. Und diese Thematik, kümmern um den Hof, kümmern um Familienangelegenheiten, das passt genau zum Krebs. Ja, Merkur und Mars beiden bewegen sich im Krebs. Natürlich kann das auslösen, dass er im Rückzug ist. Ganz klar. Merkur ist auch rückläufig. Und genau das, was die schöne Prinzessin auch verspürt, hat auch Angst, dass er sich wieder zurückzieht. Aber genau das ist ihre Lernaufgabe. Mond begegnet heute mit Saturn und Saturn vermittelt Lernaufgaben. Mond begegnet sich nicht nur mit Saturn, sondern auch mit Pluto. Und Pluto aktiviert diese Verlustangst. Und genau das soll die schöne Prinzessin lernen, in Vertrauen bleiben, hat auch karmischen Knoten. Alles bewegt sich im Bereich absteigenden Mondknoten. Und das war die astrologische Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici